grüße yo konosuba episode 4 ich weiß bin ein bisschen dran heute ich ja au mama wo fangen wir am besten an am anfang wahrscheinlich oder episode steht vernünftig wie schon erwartet mit aqua mit einer riesengroßen beule während sie kasumas adventure outfit wieder mal näht dass es versucht hat zu verbrennen weil er kalt war grund dessen ist weil im tag zuvor die man in der letzten episode gesehen hat haben sie wirklich tierisch abgefeiert nur ihrem großen kuh in dem danschen mit dem litsch auch mal den ganzen untoten und wie gesagt oh das ganze endlich dermaßen eskaliert das ok das ganze geld ist schon wieder weg warum weil ein gewisser jemand wir wissen ja wer es ist unbedingt noch mehr party machen wollte und das ganze geld verschleutert auf einer abend mit alkohol ja ja und das ist bei gar nicht so groß angekommen mehr oder weniger also quasi schon wieder pleite immer noch schulden und das haus ist eiskalt ist klar wird dass er sogar versucht aquas robenschal dieses dinge das ist pinke ding dass sie sich mit sich rumträgt zu verkaufen was lustig ist wenn man solche 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 schals immer wieder mal bei gewissen serien sieht schon aufgefallen das ist quasi so wenn gottheiten auf die erde kommen das beste beste beispiel davon ist ja eben noch the world god only knows just saying ok in dem sinn und in seiner entspannten atmosphäre zwischen es ist kalt wir haben hunger und wir haben kein geld taucht auf einmal ein witziges persönchen auf darkness in einem ziemlich adretten outfit muss ich zugeben und da muss ich anbringen wow kommt es nur mir so vor weil ich habe es auch schon so im internet ein bisschen gefragt dass ihre oberbeite mit jedem mal wo man sie sieht größer wird weil das das was da bei der tür reinkommt ist definitiv nicht letztens nicht da gewesen okay ich meine durch ihre plattenrüstung sieht man nicht unbedingt so viel aber das hier ist wirklich und ich rede hier von einem wirklichen wow hier haben wir leute die definitiv bei der animation darauf denken dass es schwerkraft gibt okay brüste sehen nicht anime technisch normal aus im verhältnis zu sie sind nicht rund also schwerkraft sei verdammt wenn ich hier wirklich sehen brüste aus wie brüste dieser größe ausschauen würden und vor allem frei in der natur ohne behaar anscheinend wow an anderer stelle schauen sie wieder etwas mehr anime mäßig aus aber hier in der ersten anfangszene muss ich sagen nicht zu schnell umdrehen du tötest leute ok massiv und so entsteht eben einfach die situation dass das alle glauben dass darkness extrem gefoltert und missbraucht und was weiß ich noch was alles ist was aber als falsch annahme die ganzen szenen die man bis jetzt gesehen hat in denen sie kurz aufgetaucht ist nur sei schattenbild ab und zu kurz zwischen inzwischen ein paar szenen waren nicht so quasi irgendwelche szenen bei diesen komischen typen bei denen sie sich verpflichtet hat für kasuma einzuspringen bezug auf ihr seine ganzen sachen die angestellt hat nein das sind szenen die sie bei sich zu hause hatte anscheinend da der eine typ zwar von ihr was fordern wollte aber nicht die nüsse dazu hatte aber anscheinend sein sohn relativ gefällig im auge ihres vaters ist also wurde hinterrücks einmal kurz ein kleines heiratstreffen angesagt und das kommt da gar nicht recht weil sie ist eine von diesen personen wie wir alle wissen dies ein bisschen grober morgen zu quasi heiraten das ist ihr ein bisschen zu pussy übrigens auch ziemlich genau so rüber glaube ich sogar im bezug auf und dann die erklärungen die darauf folgen weil spontan wird entschlossen okay wir gehen jetzt einmal zu geschlossen zu deinem vater zu diesem treffen und schauen was hier los ist die situation ist auch das ganz gut dass irgendein kasuma mit dem einen typ nicht unbedingt so weil er so gut aussieht weil sie in seiner art sein der zeichnung von ihm zeigt also quasi er sieht gut aus das ärgert nicht und zerreißt gleich mal den zettel wo man sieht dass aqua anscheinend sehr gut sachen reparieren kann weil es mit kleberei ist dass den zettel wieder klebt was seltsam ist weil sowas sehe ich eigentlich relativ selten das letzte mal habe ich so etwas gesehen glaube ich vor gut 20 jahren okay in einer szene aus selber marinas glaube ich mal als sie als sie versucht haben mit reis einen einen porzellankrug zu kleben okay the stranger side note auf jeden fall bevor das ganze losgehen konnte auf jeden in diese richtung okay und alle sich zum aufbruch fertig machen taucht natürlich wieder einmal diese beamten tussi auf die immer noch immer noch immer noch ihr auge auf auf kasuma hat weil sie immer noch nicht glaubt dass er ein total unschuldiger typ ist er ist ein arschloch aber unbedingt ein verbrecher oder so aber anscheinend ist in der stadt wieder irgendwas mit monstern los und er ist sie daran können und es ist endlich hast du etwas damit zu tun also quasi momentan ist so quasi egal was passieren wird momentan egal was auftaucht irgendwie wird automatisch kassel mal dafür verantwortlich gemacht als wäre es in verdacht stehend ist ja irgendwie logisch aber auf jeden fall das ganze damit dass sie nicht auf monster hartz gehen nein aqua und kasuma gehen mit darkness zu ihr zu ihrer verlobungsgeschichte schrägstrich ihrem heiratstreffen und was macht was machen sie was machen sie als stattdessen megumin schicken sie ihre wow das ist die nuklearoption obwohl ich lustig finde die kasuma mehr oder weniger megumin dazu überredet weil sie volle kanne auf ihren june einstellung setzte quasi du bist die einzige du bist der einzige akku seitdem er das anvertraut ja ja der typ spielt sie wie eine violine das ist wow du hast mehr oder weniger eine menschliche bazooka also schuss and forget gegen was weiß ich was und seit ich weiß ist megumin ja eigentlich sogar verboten worden in der stadt ihre magie auszuüben was dann am ende der episode wahrscheinlich doch diese spontane auftauchung von beiden wieder erklärt aber dazu komme ich noch kurz im moment noch auf jeden fall treffen zwischen darkness und ihrem möchte gern verlobten von diesem edelmann den sie anscheinend irgendwie sich verpflichtet hat mehr oder weniger in austausch für kasuma reihenweise witze über ihre ihre ihren wahren namen weil da ist sie quasi ihr alias mit denen sie unterwegs ist meine güte und anscheinend ärgert sie es immer noch tierisch über ihren richtigen namen so weil latina klingt ein bisschen okay ich habe kein problem damit aber sie anscheinend warum nicht aber auf jeden fall kasuma und da und aqua werden mehr oder weniger so als er butler sie hausbildchen eingekleidet damit sie nicht so auffallen als persönliche begleitung für darkness und eben und die szenen meine fresse es läuft nichts rund okay das sind eigentlich diesen relativ sympathischen normalen typen so was hier ist er hat er ist als ritter ausgebildet worden also er ist nicht überheblich er ist nicht wichtig tourisch er ist einfach nur yo whatsapp ist ein normaler typ relativ freundlich okay aber eben dass das natürlich macht sie fertig weil allein das geständnis als sie abgelehnt nein sie wünscht sich ein leben in dem sie von vom 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 dämonenkönig gefangen wird und an ihr verrückte sachen ausgeübt werden und der hat ein kaser unternehmen ach du gibst uns jetzt endlich zu oder was richtig eiskolz quasi aha outing mädel outing wo es darin gipfelt dass äh äh der axis mädel ihren 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 möchtigen verlobten mädel herausfeuert das ganze eklat da so quasi er ist quasi seine erziehung verbietet es ihnen dass er die waffen gegen eine frau erhebt so quasi na 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 da geht eben äh kasu mal rein so quasi warum soll ich so quasi und das ganze eklat das das ich hab's gesehen und ich kapiert wie das ganze dann dazu ausartet das ist das ewige hin und her dass das kaser mal wirklich dann sich mit mit darkness anlegt und der kampf ist ist wow so quasi ey sie ist ihm hauchhoß über hauch hauch haus hoch so was überlegen natürlich klar sie ist ein crusader ausgebildet im nordkampf und onrason sie trifft halt nix aber halt eben sie ist körperlich ihm weit überlegen er hat natürlich dann auch noch seinen draining touch so quasi wenn sie gerade so in einer ringkampf pose mehr oder weniger sind so quasi er zieht ihr ihre ganze körperkraft ab aber als sie dich so bevor du mir alles aussaugen kannst brech ich dir die Hände so quasi immer und ich so wow mädel okay ich sag mal was die frau hat und da gibt es mehrere solche szenen ok da gibt es die ganze episode durchgehend wo wir wirklich sagen meine güte ist einfach nicht so typischen sachen sadist trifft auf masochist ok der sadist oder so na der masochist doch schlag mich der sadist nein so in der richtung glaube ich war es richtig glaube ich könnte sein egal auf jeden fall es kommen nur solche szenen vor ok das damit endet dass darkies nun mit zerrissenen klamotten triefend nass mehr oder weniger mit verzogener mine am boden ohmächtig liegt beide typen im schaukampfraum um sich herum stehen und ihr vater kommt rein die waren es so wow 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 also für die alle leute die fanservice mögen es ist ein bisschen was drin würde ich mal sagen bisschen was aber auf jeden fall die situation ausnehmen muss ich sagen ich finde die situation als ganzes etwas seltsam weil kann sie mal hier wirklich so dermoßen versucht darkness mehr oder weniger daran zu hindern sabotage zu üben an diesem treffen weil sie ja nichts mit dieser sache zu tun haben will aber er sie mehr oder weniger zu bringen will dieser heirat zuzustimmen weil er sie aus irgendeinem unerfindlichen grund jetzt aus der gruppe haben will was aber seltsam ist da in der vorherigen episode erst darüber gejammert wurde dass darkness nicht da ist weil sie ja keinen tank haben der ihren schaden akzeptiert oder mehr oder weniger die ganzen 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 untoten aufhalten könnte zum beispiel ich habe die logik in der episode nicht ganz verstanden das wäre vielleicht ein kritikpunkt aber ich glaube bei so einer schrägen komödie konno super kann man das glaube ich leicht übersehen es endet damit prinz zieht ab von dem was zu das paris mit euch schon hey ich zwisch ab das ist er schon am ab 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 klatschen ist eigentlich noch mehr wenn er sie in abschied nimmt Nein, nein, ich trage gar so was Kind in mir Waaaaat? Waaaaat? Wozu? Wen hilft das? Mädchen Mädchen Wem hilft das? Was? Ich hab keine Ahnung wo die Comedy war Ihr Vater ist natürlich überglücklich Wow, endlich Enkelkinder Und Kasuma natürlich so was Ja, das sagst du mir Ich als Premium-Class-Jungfrau natürlich Wow Und in dieser chaotischen Szene taucht dann auf einmal eben wieder unsere Sekretärin schrägst du auf Aufpasserin für Kasuma auf mit Darkness im Schleppdau wo wahrscheinlich irgendetwas schiefgegangen ist Und damit endet die Episode auch Und ich so Danke, ich bekomme langsam Gehirnaneurismen Mehr als ich vorher hatte Die poppen schon wie Popcorn Das ist ja Logik Vergiss es Okay, die ist eben so Über mehr so Showcasing Darkness ein bisschen mehr Aber halt eben Ich weiß nicht einmal Ich weiß nicht einmal ob die Chizza mehr über ihre Charakter weiß Was ich nicht schon vorher wusste Aber Wie gesagt Ihr Vater scheint ein cooler Typ zu sein Ihr beinahe Verlobter scheint ein cooler Typ zu sein Nur Kasuma ist hier das Arschloch wieder einmal Und das nicht einmal richtig Weil eher Mehr oder weniger Darkness loswerden Was überhaupt keinen Sinn macht Wie gesagt Weil sie in der vorherigen Episode gesagt haben Dass sie sie unbedingt mehr mal brauchen würden Also ich hoffe das klärt sich dann auf Weil im Mundant bin ich ein bisschen verwirrt Es scheint zumindest ein wenig stressfrei abgelaufen zu sein Als man sich das denken könnte Aber Auf jeden Fall Episode 4 Konosuba 2. Season Man muss dazu sagen glaube ich schon Äh Ja Hat das ja einen Humor Hat das ja einen Hat das ja einen Hat seine Momente Hat das ja einen Loic-Fehler Die man aber vergeben kann Interessante Entritte Kommunikation Zwischen den Charakteren Vor allem wenn Kasuma Darkness foltert Und ihr natürlich Ihr natürlich das tierisch gefällt Außer wenn er ihren Namen sagt anscheinend Aber ansonsten Wow Ich bin jetzt sehr sehr müde Und irgendwie nicht sooo Guuuut Im Denken Diese Serie ist schon immer Und diese Episode hat mir wirklich Wuh Ich glaube es ist positiv Aber auf jeden Fall Tschüss bis zum nächsten Video Ich nix denken gut jetzt momentan Ich sehr müde Ich gehe entschlafen Ja Hey Hey Ich schau's Du hast ja